Oh, ha, 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 Junge, wir sind nicht mal gelandet, wow, was, ha, 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 wir haben ihn besiegt, Bonus, wow, ab geht es, let's go, wir haben den letzten Boss ongeheatet, jawoll. Heute spielen wir Leiermann 3D und in diesem Spiel, oh mein Gott, müssen wir, ha, 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 unsere, oh, verschiedene Schichten bekommen und auf das maximale Level Upgrade, ihr seht es, wir haben jetzt 58 Rainbow Schichten und da haben wir die Sachen, okay, wir drücken, wir drücken, drücken, und au, au, au und au, okay, unser Ziel würde es sein, ihr seht es, hinten ist der absolute Endball und wir müssen ihn besiegen und wir können unsere Rainbow Schichten upgraden und unser Einkommen und da würde ich sagen, let's go, oh mein Gott, okay, ihn dürfen wir nicht besiegen, aber jetzt dürfen wir ihn besiegen, ha, weil wir stärker sind und mehr Schichten haben, ihr seht es, wir haben solche Rainbow Schichten auf jeden Fall am Start, ihr seht es, zack, und wir müssen jetzt alles auf die maximale Stufe upgraden und, okay, was haben wir jetzt, 75 und ich würde sagen, oh, 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 oh mein Gott, wir sind fast am Ende angekommen, let's go, was sind wir am Ende angekommen und konnten ihn erfolgreich besiegen, boom, okay, wir haben mehr Schichten, wir fangen an mit 10 Schichten, Junge, was haben wir auf unserem Kopf, äh, äh, plus 5, plus 5 natürlich, Freunde, der Mattekünferenz, Oh, oh, wir sliden runter, niu, oh, leid, ey, das ist zu stark, oh, die haben zu viele Schichten, leider, ihre Köpfe haben natürlich, äh, leider ein bisschen mehr, Ja, und deswegen können wir sie nicht besiegen, aber, komm schon, komm schon, wir tippen, oh, 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 ja, wir können es schaffen, oh, 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 so knapp, let's go, oh, wir haben einen neuen Skin freigeschaltet, let's go, okay, wir haben natürlich auch noch einen Shop und hier können wir uns einige neue Skins freischalten, okay, was haben wir hier, ein paar Schwänze, okay, Junge, wieso dance mit da oben, chill mal, hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo, hörst du toll am Updance, hey, yo, wir haben sogar verschiedene Formen oder irgendwie sowas, okay, aber Freunde, ich würde sagen, wir brauchen mehr Schichten, okay, wir fangen an, mit 15 und ich würde sagen, ähm, plus 7 natürlich, wir müssen natürlich auch immer schön ausrechnen mit unserem riesengroßen Dickschädel, was am schlausten ist und, nein, nein, wir haben übersprungen, wir haben übersprungen, ich wollte ihn eigentlich aufessen, äh, hier, schnell nach links, oh, das könnte eine gute Runde werden, oh, nein, er, er, er ist zu groß, er ist zu groß, okay, und zack, dass wir aber reinkommen, tipp, 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 t Wie Superman fliegen wir und fliegen, äh, auf mein schönes Gesicht, ey, hier, aber, oh, bleib stehen, bleib stehen und, oh, warte mal, was ist, wenn wir jetzt hier, oh, oh, nein, nein, die werden uns geklaut, was, die Haken klauen uns einfach hier unsere Rainbow-Sticht, oh, nö, oh, nö, ah, wir können hier nach oben, wir können hier natürlich nach oben, oh, mein Gott, warte mal, mal zwei, oh, mein Gott, wir können schon auf 170, 170, komm schon, komm schon, komm schon, wir tippen, oh, mein Gott, schau mal diese Rainbow-Röhre an, wow, was, ha, 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 wir haben ihn besiegt, let's go, oh, okay, wir haben einen neuen Boss bekommen, das bedeutet, wir schalten uns in diesem Video jeden einzelnen Boss frei und wir können jetzt, um Shop uns über hier, ah, leider noch nichts Neues kaufen, oh, Zeitlupe, oh, okay, wir können jetzt nur, ah, die ganzen Wände zerstören, das bedeutet, es kommen auch immer wieder neue Elf dazu, okay, das Spiel ist richtig cool, das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen, Junge, was ist denn hier für ein Dickschädel, was bist du für ein Dickschädel, geh mal aus dem Weg, oh, ne, oh, ne, oh, ne, nein, 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 wir haben eine große Wand zerstört, das war nicht gut, das war nicht gut, aber wir konnten nichts machen, wir konnten, oh, das war knapp, das war sehr, sehr knapp, naja, das war eine Noob-Runde, gehört auch mal dazu, Freunde, man hat auch manchmal Noob-Runden, Alter, wir müssen ja richtig weit kommen, um ihn zu besiegen, aber wir können hier, zack, unser Einkommen, natürlich, alles schön, immer weiter upgraden hier, so, zack, ey, steh,arte, probier's abzaukeln, ey, oh, 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 10, okay, damit verlieren wir die wenigsten Ringen, oh, wir slightly unter, oah, das sieht so cool aus. Oh, mein Gott, wie viele Spieler. Bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ah, 140. 140 haben wir am Start. Und wir tippen richtig schnell. Und, okay, wie weit kommen wir? Äh, wie weit kommen wir? Bis zu mal 4 ungefähr. Alter, wir müssen noch richtig weit kommen. Wie sollen wir das schaffen? Wie sollen wir es mit diesem Boss aufnehmen? Er ist viel zu stark, muss ich sagen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Rainbow-Schichten. Ansonsten wird das Ganze nix. Oh, was ist das? Bonus? Okay, erstmal fresse ich dich. Bonus! Bonus! Wow, ab geht es! Wir bekommen die größte Rainbow-Schicht aller Zeiten. Lern sie, yo! Oh, okay, wir haben jetzt schon 100. Wir haben jetzt schon 100, Junge. 100! Ich kann nicht mal bis 110, verdammt nochmal. Ey, yo, ey, yo, easy. Easy peasy. Okay, es geht mehr, es geht mehr. Okay, und jetzt? Okay, hier verlieren wir 5 durch die Wand, aber kein Problem. 160! Unser größter Kopf, den wir bis jetzt haben. Oh ja, wir fliegen wie Superman. Batsch! Wir landen, Batsch! Komm, flieg, flieg, Junge, flieg. Nein, nein, nein! So knapp. Oh, das war so knapp. Wir waren so knapp davor und haben fast den Roboter besiegt. Ich bin so gespannt, was wir als nächstes haben. Das bedeutet, wir brauchen über 160. Wie? Das ist unmöglich. Okay, wir haben gleich wieder 160. Let's go, okay. Hä? Was? Ich bin unsterblich für sieben Sekunden. Äh, okay, cool. Let's go, das bedeutet, wir können... Yo, yo, wir können durch alles durchrennen. Wir können durch alles durchrennen. 199! Ey, yo, komm, die 200 hätten wir auch gönnen können. Ja! Junge, wir sind nicht mal gelandet. Wir haben ihn einfach ausgenockt. Holy! Die komplette Zerstörung. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen, Freunde? Habt ihr das gesehen? Da ist der nächste Gegner und den werden wir auch auf jeden Fall eine Kopfnuss geben. Oh, oh, wie cool! Yo, Junge! Wir haben ein Schwindel, den Kopf über... Ey, das habe ich voll an Temple Run erinnert. Da muss man auch bei so einer Zip-Line einfach so rieten. Und, oh ne, oh ne, minus 40. Das tut weh. Ah, ne, wir sind unsterblich wieder. Okay, das war, Leute. Zack, zack, zack. Wir sammeln... Oh, 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 oh. Randzieht ein. Oh, wir haben wieder fast 200. Aber diesmal müssen wir noch weiterkommen. Das bedeutet, Freunde, immer mehr. Unser Kopf wird immer mehr. Und wir sammeln immer mehr Rainbow-Schichten. Das ist auf jeden Fall sehr krass. Oh, wir können unser Einkommen ein bisschen upgrade, dass wir ein bisschen mehr Cash in unsere Cash hier verdienen. Äh, wir gehen links. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war, aber... Oh, oh, ja, immer alles schön einsammeln. Ja, ja, sehr, sehr gut. Oh, plus 15. Zack, nehmen wir mit. Okay, dann gehen wir hier runter und... Hey, ich stehe hier hin. Haha. Dich habe ich auf jeden Fall bekommen. Oh, das könnte eine gute Runde werden. Das... Oh, mein Gott. Ja, ja, ja. Okay, hier verlieren wir leider 5. Kein Problem. Kein Problem. Oh, aber... Ah, fast 200. Aber wir brauchen mehr. Wir brauchen noch einen größeren Rainbow-Dickschädel. Das ist wirklich super schwer. Alter, das ist so ein Kämpfer. Oh, wir sind aber weit gekommen. Wir sind weit gekommen. Ich war gerade eben... Gerade eben gegen den Bus. Junge, wir sind nicht mal so abgebaut, sondern wir haben ihn direkt getroffen. Oh, wir sind jetzt hier ums. Okay, der andere Lolli. Das ist ja auch so ein Lollipop, wisst ihr? Ja. Das sieht aus wie so ein Lollipop, diese Rainbow-Schichten. Aber... Okay, die sind leider zu stark. Äh, wir gehen... Äh, minus 10. Okay, ist kein Problem. Minus 10 ist in Ordnung. Die 10 habe ich direkt wieder hier. Zack. Ja, plus 10. Oh. Oh, Speedy Gonzales. Speedy. Wow. Wow. Yeet. Rainbow. Wir sind unsterblich. Und wir tippen. Wir tippen und endlich schnell. Komm schon. Komm schon. Ja. Ja. Wie weit kommen wir? Oh, bis du mal 5, bis du mal 6. Oh. 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 Wir haben es fast geschafft. Wir müssen noch ein paar Upgrades freischalten. Dann wird das Ganze was. Dann werden wir das schon easy peasy schaffen. So, jetzt haben wir hier was ein... Nein. Ich wollte die andere Wand. Oh, jetzt haben wir minus 20 verloren. Nein. Warum? Warum? Oh, nö. Und jetzt... Okay. Klaubt mir alles. Klaubt mir alles. Okay, Freunde. Die Runde, die Runde ist es nicht... Oh. Bonus. Obwohl. Oh. Wir können es schaffen. Oh. Bonus. Yeah. Oh. Okay. Wir haben echt alles bekommen. Oh. Hätten wir am Anfang nicht gefällt, hätte das sogar echt eine gute Runde werden können, muss ich sagen. Oder? Jo. Jo. Aber uns hat trotzdem noch ein gutes Stück gefehlt, muss ich sagen. So. Wir brauchen mehr Schicht. Komm schon. Wer hat ein größerer Lollikopf? Wer hat ein größerer Lollikopf? Steht geblieben. Steht geblieben. Und Patsch. Hab dich. Hab dich gefangen. Du bist. So. Ey, Junge. Er rennt durchs Portal durch. Was geht... Oh mein Gott. Junge. Wie sollen wir die bekommen? Wie sollen wir die bekommen? Stellt euch mal vor, wir werden so einen großen bekommen. Das wäre so, so krass dann würden wir direkt viel stärker sein. Aber okay, ich würde sagen... So. Oh ja. Ja. Hier bekommt ihr auch viel. Oh. Okay. Ja, ja, ja. Komm schon. Minus 50. Alter, das ist eine richtige Pro-Runde. Das ist die beste Runde bis jetzt, die wir hatten. Alter. Ja. Und jetzt Minus 10. Okay. Wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Jetzt. Tipp, 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 tipp. Oh. Oh. Ja. Ja. Schaffen wir es. Schaffen wir es. Schaffen wir es. Ja. Ja. Nein. 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 War es so knapp. Okay. Aber, Freunde. Die, das Level, Level 15 Wir werden es hinbekommen, wir, nein, wieso bin ich da hingelaufen? Yo, wir sind ein Wasserrutscher Oh, bekommen wir ihn? 500, yo Wie sollen wir denn bitte an 500 rankommen? Oh ja, wir sind allein, oh mein Gott Ja, minus 10, kein Problem Wir sind eh unsterblich, wir sind das hier Ultimativa Rainbow und komm schon Jetzt können wir es schaffen, jetzt können wir es schaffen, Freunde Tipp, 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 tipp Ja, bitte, bitte, komm schon, flieg, flieg Ja, nein, ich hab so knapp Oh Das kann nicht sein, immer so knapp davor So knapp davor Failen wir einfach, das kann doch wohl nicht Wahr sein, aber Freunde, niemals aufgeben Wir dürfen niemals aufgeben, so Und, okay, wir verlieren wieder hier ein bisschen Kein Problem, zack, den stacken wir mit Und, Alter, wir haben jetzt schon gleich wieder 200 Wir haben gleich jetzt schon wieder, oh, sehr viel, immer schön Okay, wir sind einsterblich Wir trennen überall durch, komm schon, komm schon Und, okay, jetzt aber 250 Das ist unser Weltrekord Das ist also unser Rekord Yo, bam, jawohl, Freunde Wir haben es wirklich geschafft, let's go Oh, oh mein Gott, wer ist er? Oh mein Gott, okay, ich glaube, Freunde, wie soll Jetzt bei dem schaffen, let's go Das ist jetzt der ultimative Endgegner Wir müssen ihn besiegen und dann haben wir es wirklich geschafft Aber, Freunde, wie wir kriegen das hin Guckt euch das Ganze an, wie gut wir mittlerweile schon am Start sind Yo, okay, wir leuchten wieder in Rainbowfarben Okay, das ist gut, das ist sehr, sehr gut Zack, okay, wir gehen hier nach oben Zack, zack, nehmen wir alles mit Ey, stell dir mal vor, wir würden das first try hinbekommen Das ist ja auf jeden Fall sehr, sehr krass Aber, okay, okay, komm schon, wir sammeln ihn ein Und, ja, ist eine gute Runde Ist eine gute Runde, ist unser Rekord auf jeden Fall Aber, wird es ausreichen, ist die Frage Komm schon, Junge, er ist da ganz hinter, die sehen ja nicht mal Wow, was? Oh, obwohl, was? Alter, wir haben es fast geschafft Okay Leute, wir brauchen so ungefähr 300 Punkte 300 Rainbow-Schichten Brauchen wir auf unseren Dickschädel Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig Oh, 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 sorry, das wollte ich Alter, plus 30 Das ist ein gutes Portal Das hat uns sehr, sehr viele Punkte Oh, ja, auf jeden Fall gegönnt Rainbow-Fieber Das bedeutet, wir können alles zerstören Plus 40, Alter Alter, okay, das ist die Runde Das ist die Runde Das ist die Runde 322 haben wir Und Yeet Wir yeeten uns jetzt Yeet, 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 yeet Wow Batsch Let's go Was? Oh Gott Da haben wir sogar den nächsten am Start Alter, das wird immer und immer krass Wir müssen immer uns weiter weghilten Okay, weiter geht's Level 19 Sind wir mittlerweile am Start Alter, das war aber gerade so eine gute Runde Gerade eben, muss ich sagen Wir haben irgendwie 300 bekommen oder so Aber, oh nö Ich sehe schon die Wände dort hinten Ich sehe schon die Wände dort hinten Darauf habe ich keine Lust Aber Oh nö, irgendwie Das ist 15 Oh nö Ja, wir sind unsterblich Let's go Das Mäbikul alle besiegen Oh mein Gott Oh mein Gott Ja, 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 ja Kommt her, kommt her Ja, 305 Ich denke, ich werde irgendwas abgeben Von meinen Rainbow-Schichten Ja, da habt ihr leider recht Äh Da sind wir durch die Wand Aber Oh, schafft mir das Oh, oh, komm schon Oh, oh Alter, wir kommen weit Wir kommen weit Ah, ah Aber, aua Mein Fuß Mein linker Fußnägel Ja, ja Nein Okay, aber wir kriegen das hin Wir kriegen das hin Ey Ey, das macht so Spaß das Spiel Das macht so Spaß Ich würde das am liebsten den ganzen Tag spielen Und hier die ganzen Gegner auf jeden Fall besiegen Aber Freunde Den Gegner Oh, werden wir jetzt auf jeden Fall noch umjeeten Das könnt ihr mir vertrauen Und ich werde ihnen so einen Kick geben Zack Mit meinem Rainbow-Kopf Ey, yo, Junge Wir haben jetzt schon 300 Und, jawohl, wir sind unsterblich Das bedeutet Wir haben nichts durch die Wände verloren Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig Und, Alter, okay Wird es ausreichen? Wird es ausreichen? Ja, ja Komm schon, bitte Bitte noch ein Stück Flieg, Junge Flieg Nein Manchmal fliegt man so weit Und Oh, manchmal Nein So knapp davor Okay, aber ich glaube So, wir haben uns jetzt noch ein weiteres Mal geupgradet Ich glaube, das könnte jetzt tatsächlich die Runde sein Hier Das ist die Runde Und seid bereit für noch eine Runde Rundin Okay, let's go Uh, uh Ab geht es Okay, jetzt haben wir hier 162 am Start Junge, wir haben mittlerweile so einen großen Kopf Jawohl Rainbow Rainbow Wir sind im Sterblichkeitsmodus wieder Wow So eine Schicht Was ist das denn? So wenig nur Bräh Okay, das ist nicht gut Das ist nicht gut Aber plus 60 haben wir nochmal am Start Zack Und dann Okay Sind wir wieder gut dabei Wir sind gut dabei Aber Wird es ausreichen Wird es ausreichen Um den letzten Boss Um zu yeeten Oh, wir fliegen Wir fliegen Aber Ah, ah, ah Ah, so knapp Immer so kurz davor Werden wir umgeheatet Aber Das kriegen wir schon Ah, guck mal Wir haben jetzt schon 100 Die Runde geht erst gerade los Wir haben jetzt schon direkt 100 In der Tee In der Tasche Ah, schade Okay, okay Da müssen wir Verlieren wir lieber Ein paar Rainbow Schichten Okay, bleib stehen Ja, okay Das ist glaube ich das coolste, was es gibt Yeah Ja, links, rechts Shake, 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 shake Yeah Ab geht es Zack, zack, zack Wir sind alles ein Oh, Rainbow Modus Das ist auch cool Oh, Junge Ich schnell hier slide Oh, oh Okay, 360 Hat mir bisher was höheres als 360 Ich weiß nicht Yeet Und Let's go Wir haben die letzten Boss umgeheatet Jawohl Das war jetzt die größte Das war jetzt die größte Rainbow Schicht aller Zeiten Like und abonnieren Nicht vergessen Oder wie gesagt Freunde See yous beim nächsten Video Bis dahin Tschüss